Wir haben ein neues Telefon. Hätte ich vorher gar nicht rumgeheulen. Wie lange lassen wir das ins Auto? Jetzt haben wir es. Geil, das kam gerade heute. Da habe ich große Augen. Das ist schön gedacht. Das kam total gut. Da die Brühen einmal. Du bist super, versuchst keine Nische. Das ist eigentlich einmal. Jetzt können wir das ins Netz stellen, weil der Freund hinter die PCs um soll. Das war's für heute.